Hallo liebe Fans, wir spielen heute Österreich gegen Deutschland. Das Spiel, wer weiß mehr. Die schwierigen sind wie folgt, zum Beispiel Andi nimmt eine Karte, stellt mir die Frage, zum Beispiel wie viele Torschriften gibt es in der Champions League, dann können wir eine gewisse Nummer sagen, wie zum Beispiel zehn, können wir uns hoch bieten und der Meisten dann hat, dann hat er drei Sekunden Zeit, um seine Zahl da zu schaffen. Gut erklärt. Ich frage euch jetzt, wie viele Achtelfinal-Teilnehmer dieser Saison könnt ihr aufzählen? Was ist denn das Versorg, bitte? Das werdet ihr wohl wissen, oder? Ich zähle auf dich. Ach so, in sechs Sekunden, das ist der Schmäh in der ganzen Geschichte. Jetzt check ich das. Wie viele kannst du aufzählen? Oh, das ist schwerer. Wie viele kannst du aufzählen? Ich bin vollkommen raus. Das musst du übernehmen. Scheiße. Soll ich eine Zahl sagen? Ja, jetzt sagen wir mal die Hälfte. Vielleicht. Jetzt sagen wir mal die Hälfte. Ja, wir sagen mal A. Du willst wohl ohne Wissen, oder? Sagen wir mal neun. Ich lass dich, weil ich hab wirklich... Ja, wenn wir das machen, ja? Ja. Also, ihr passt. Lille, Salzburg, Bayern. Liverpool, Real. PSG. Wie viele haben wir denn schon? Milan. Man City. Man United. Nein, Man United. Wohl. Haben wir schon neun, oder? Haben wir neun, oder? Man United. Man United. Wohl Man United. Haben wir neun? Man United, oder was? Keine Ahnung. Haben wir neun, oder? Wie viele Champions League Sieger könnt ihr nennen? Wie viele verschiedene, ja? Ja, sieben, acht Jahre ist schon... Nein, ich sag einmal... Ich sag... Okay, so... Wow, acht ist schon viel. Nein, bitte. Ich sag sieben. Schaff mal schon. Okay, passt. Ocht. Ocht. Acht? Was sagen wir? Wir müssen ja neun tragen. Aber wir fallen keine neun ein. Noch, sagen wir neun. Die, wenn die... Also, zehn, weiß ich nicht. Zehn schaffen wir auch. Ich glaube... Wohl, ich glaube schon. Wohl. Schaffen wir. Zehn? Weißt du, zehn Verschiedene? Wir machen zehn. Weißt du, zehn Verschiedene? Die sind halt auch älter und erfahren. Ja, das ist Wahnsinn. Lassen wir die. Lassen wir die nochmal machen. Kann ich auch noch. Okay. Lassen wir mal anfangen. Ich muss es machen. Fangen wir mal an, ja. Manchester, Liverpool, Chelsea, Bayern, Milan, Juve, Real, Barcelona, Feyenoord, Inter, Ajax, Roter Stern, Belgrad, Celtic, Nottingham, Forrest, auch noch... 2022. Salzburg. Super. Klasse gemacht. Das holen wir schon noch auf. Ja, ja. Wie viele Ex-Spieler des FC Red Bull Salzburg könnt ihr aufzählen, die in der aktuellen Saison bei anderen UEFA Champions League Teams aktiv sind? UEFA Champions League. Wie viele? Sieben. Ocht. So. Weißt du was? Weißt du was? Achtung. Neun. Ui. Sollen sie mochen, oder? Ja, sollen sie mochen. Was? Echt? Bitte. Warte, Chris. Kann dir leider nicht helfen. Nee. Schaffst du schon. Machst du, machst du. Ja. Manet, Keita, ähm, äh, 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 äh. Traherst du? Savica, ähm, Kampel, das bin ich überfordert. Neun. Hab ich alle vergessen. Tschech, äh, äh, wie heißt er? Peter, Peter, Peter. Naci. Ja, Naci. Klar. Wie viele Torschützen der aktuellen Champions League-Saison könnt ihr aufzählen? Wie viel glaubst du? Sechs oder fünf? Da müssen wir schon wenigstens auf acht kommen, oder? Sieben. Sollten es schon nicht fallen. Wir halt zumindest. Wie viel? Was sag ich? Da müssen wir es alles gehen mit sieben, oder? Sieben. Zehn? Zehn weißt du? Ja, lassen wir es einfach kommen, oder? Passt. Ja. Ja. Wilber, Okafor, Lucas Sosic, Adijeni, Messi, Ronaldo, Mbappé. Oh, nee. Hallo. Tulilu. Oh. So lange. Und meine... Okay. Zehn. Elf, oder? Zehn. Zehn. Sauber. Sauber. Wie viele Trainer könnt ihr aufzählen, die den Titel seit Einführung der UEFA Champions League 1992, 1993 gewonnen haben? Puh. So Trainer. 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 Und ich absolut raus. Die, die Champions League gewonnen haben. Einer, und ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Wo bin ich jetzt? Wer ist dann? Sechs oder sieben, glaube ich. Einer habe ich jetzt. Sechs. Bisher? Ja, wenn die einen haben, dann sagen wir einfach sechs, weil sieben und seine... Das ist ja auch. Okay. Willst du dir als erster sagen, oder? Wir? Oder? Ja, die habe ich vorgestellt, oder? Ganz, ganz bescheidend. Drei. Okay, sagen wir sechs. Nur zwei. Nein, sechs. Mit vier auch nicht. Mit vier auch nicht. Sechs, ja. Ja, werden wir schon hinkriegen. Geht schon? Tuchel. Klopp. Angelotti. Simone. Simone. Ja, das heißt Simone. Zidane. Dann Ryan. Heinkes. Genau. Guardiola. Ja. Dann sechs, oder? Schon sechs. Easy Geschichte, denke ich. Schauber. Mourinho. Ja, super. Danke. Danke. 5-1. Wenigstens haben wir nicht immer... 2-0. Ja, 2-0. Jawohl. Vamos. Uhh. Mr. Narrativ. Untertitelung des ZDF, 2020